Die Causa Ischgl. Wer wusste was und vor allem wann? Diese Fragen sorgen derzeit für Unstimmigkeiten. Und für Gesundheitsminister Anschober wird es immer enger. Laut den jüngsten Enthüllungen der Tageszeitung der Standard hatten mehrere europäische Staaten das österreichische Gesundheitsministerium bereits zwischen dem 8. und 13. März 2020 über infizierte Urlaubsrückkehrer aus Ischgl informiert. Doch offenbar wurden diese Warnungen mit einer Ausnahme nicht an das Land Tirol weitergeleitet. Ein absolutes Versagen von Gesundheitsminister Anschober mit schwerwiegenden Konsequenzen. Die Liste der Fehler des Gesundheitsministers wird immer länger. Wenn diese neuesten Enthüllungen stimmen, ist Gesundheitsminister Anschober rücktrittsreif. Das ist eine gernee Ausnahme. Das ist eine Pläne Ausnahme. Das ist eine große Tonne Ausnahme.